Bin ich wirklich bereit für diese Herausforderung? Was ist das denn? Was für ein Ding! Jeden Tag dieser Schmerz. Ist es das wert? Oh, das hält er, das hält er! Kann ich den Parcours schaffen? Reicht meine Kraft aus? Ich will ihn bezwingen. Es wird verdammt hart. Muss schimpfen. Egal. Jetzt zieh ich es durch. Jetzt gehört ihm der Parcours. Ninja Warrior Germany. Die fünfte Staffel. Ab Freitag, 20.15 Uhr. Und vorher Ninja Warrior Germany Kids. Schon um 19.40 Uhr bei Togo auf Super RTL.